Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne, der Matthias und ich bin der René, ganz normal. Ich bin froh, dass du nicht Arnechen gesagt hast und Matthiaschen und Renéchen. Ja, heute sind wieder die Kinderspiele dran. Da hat sich jetzt im fast letzten Jahr einiges angesammelt an Kinderspielen. Ich habe mal nachgeguckt, das ist im Juni, hatten wir glaube ich die letzte Kindersendung. Das ist definitiv zu lange her. Matthias schreibt ja keiner mehr auf für uns, keine Kindersendung. Nee, das liegt einfach daran, dass die Gäste, die wir für die Kindersendung alle eingeplant haben, immer irgendwie wieder nach hinten schieben lassen. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt mal ein paar Kinderspiele rausgegriffen, die wir jetzt unbedingt noch vorstellen wollen, bevor die auch wieder zum alten Eisen gehören. Und da wir jetzt einige Spiele, die wir für heute vorbereitet haben, darf der Arne mal zackig beginnen. Zackig beginnen. Naja, ich wollte erstmal sagen, als wir über die großen Spiele geredet haben, hat René ja ein Kinderspiel vorgestellt. Deswegen möchte ich heute ... Kein Kinderspiel vorstellen. Ich habe heute tatsächlich meinen Blood Rage gekriegt und möchte nicht darüber reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, aber ich möchte über ein Spiel reden, das auch eine große Schachtel hat und in dem Spiel sind auch Miniaturen, könnte man sagen. Denn in der Spielschachtel zu Bibi und Tina, das große Rennen ... Das sind Bibi und Tina, von Deus und Sabina ... Mein Gott, man wird weich in der Birne, wenn man das oft genug hört. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich klein war, gab es nur Bibi, Blocksberg und keine Tina. Ja, aber Pferde sind cool, Mann, bei Mädchen. Du hast ja keine Töchter. Ich habe ja keine Töchter, genau. Ja, also ich möchte über Bibi und Tina reden, das große Rennen, ein Kinderspiel aus dem Hause Schmidt. Und in diesem Spiel sind zwei Steckenpferde enthalten. Jetzt dürft ihr mal raten, wie die aussehen. Das eine ist ein Schimmel, das andere ist ein Fuchs. Richtig, genau. Ich kenne mich aus der Materie. Also Sabrina natürlich, der Schimmel oder die Schimmelin. Und Amadeus, der Fuchs, sind als Steckenpferde dabei. Und der Witz ist, diese Stecken haben am Ende einen Magneten. Warum? Darf ich kurz sagen, dass ich mich gemobbt fühle, weil ich davon keine Ahnung habe? Ja, du hast keine Ahnung. Endlich haben wir mal Ahnung, René, ne? Wurde ja auch mal Zeit. Und jetzt ... Endlich haben wir ein Thema gefunden. Bibi und Tina, ja genau. Traurig, aber wahr. Jetzt geht es nämlich darum, man hat so Parkour-Karten. Also es geht darum, die beiden, Amadeus und Sabrina, also Bibi und Tina, dieser Song schießt sofort wieder in meinen Kopf rein, machen natürlich ein Rennen und dafür legt jeder Spieler ein Parkour aus, aus sechs Parkour-Karten. Die sind relativ richtig schön groß. Die legt man auf den Fußboden. Also man braucht für dieses Spiel viel Platz, denn man spielt es nicht auf dem Tisch, sondern man reitet mit diesen Steckenpferden über diesen Parkour, sammelt mit diesen Steckenpferden, die ja hinten ein Magnet haben, Symbolkarten ein, die magnetisch sind. Das ist total cool. Und dann reitet man mit diesen Pferden und die Karte steckt hinten dran zu seinen Symbolchips und die müssen dann passend sein zu der Symbolkarte. Und diese Parkour-Karten, da sind dann halt so Symbole drauf, wie einmal um diese Karte reiten oder einen Hampelmann machen oder drüber springen oder Dinge halt machen. Ja, das ist dann auch schon irgendwie das ganze Spiel. Also es geht halt darum, sich zu bewegen, schnell diesen Parkour abzuhandeln und viel Spaß zu haben mit diesem Spiel. Es steckt wirklich nicht viel dahinter, aber diese Bewegung und dieses Reiten, also meine Tochter ist voll auf dieses Reiten abgefahren mit diesen, diese Steckenpferde liegen auch immer noch irgendwie bei uns im Wohnzimmer an der Wand gelehnt. Also die werden auch gar nicht mehr eingepackt, sondern immer irgendwie benutzt als Spielzeug natürlich, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Und ja, ich finde das echt witzig, aber ich muss das nicht spielen. Das ist ein Kinderspiel. Also das ist ein Kinderspiel, wo die Erwachsenen vielleicht, naja. Aber Achtung, jetzt könnte man wieder sagen, man könnte auch ein Trinkspiel daraus machen. Was mit der Menge natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich gut skaliert. Aber nein, es ist ein ganz tolles... Wenn du grölen, das Libby und Tina-Lied siehst und dann durch die Einfahrt reitest, da freuen sich über die Nachbarn. Nein, es ist, wie gesagt, ein schönes Bewegungsspiel. Man braucht tatsächlich eine Menge Platz dafür. Also vielleicht ist das auch eher was für einen Garten oder sowas. Und jetzt, wenn der Frühling jetzt losgeht oder gerade dabei ist, dann schön auf der Terrasse oder im Rasen kann man das ganz gut spielen. Also das ist also nichts... Also eher was für die Kinder, die jetzt nicht unbedingt still sitzen können. Genau. Sondern eher mehr die Bewegung brauchen. Oder nach einem ruhigen Spiel mal Action. Genau. Das ist richtig. Also das ist nicht irgendwie, wir sitzen alle am Tisch und machen irgendwas, was ich erst gedacht hatte. Und dann hatte ich halt das ausprobiert, habe gedacht oder ausgepackt und habe gedacht, ach, das ist ja gar kein in Anführungszeichen Brettspiel, sondern tatsächlich ein richtig schönes Bewegungsspiel. Matthias, hast du Fragen? Nein. Doch. Wer ist Bibi und wer ist Tina? Ungefähr so in der Richtung, ja. Ja, das ist halt, es ist halt wirklich so diese Richtung, also dadurch, dass diese Steckenpferde dabei sind, ist es halt wirklich schon, geht schon ein bisschen in die Richtung Spielzeug, aber... Das ist egal. Also ich meine, ich muss jetzt da stehen und sagen, ich weiß noch, wie in Essen Jürgen Kala das als mehr oder weniger sein einziges Spiel in der Tüte hatte, weil er seine Tochter ja auch sowas ist, und ich denke mir so, ach, warum habe ich denn nur noch große Kinder? Die kannst du doch auch kaufen. Was, kleine Kinder? Nein, das Spiel. Nein, ich will das nicht. Ich bin froh, dass es meine Kinder groß sind. Ja, es geht einiges. Ja, ich musste mit Bob, der Baumeister, und Thomas, die Lokomotive aufwachsen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Äh, es liegen auch noch Quizkarten bei, aber die haben wir irgendwie gar nicht, also man kann auch noch einen Quiz damit spielen, aber da ich in der Materie nicht so drinstecke, Hm. Das sagst du jetzt so. Würde ich, würde ich gegen meine Tochter da knallhart den Kürzeren ziehen. Alleine schon, dass wir zwei gelernt haben, dass es Schimmel und Fuchs bei den Pferden gibt, gibt, wissen wir doch nur, weil unsere Töchter Bibi und Tina hören und uns sowas immer prühwarm erzählen, was sie gelernt haben. Naja, wenn ich jetzt hier hinten aus meinem Fenster gucke, wenn es jetzt noch hell wäre, würde ich auf einen Pferdehof gerade gucken. Also ich bin da vielleicht noch mehr Landall wie du. Ja, das denke ich mal. Und bei uns im Stall steht auch ein schwarzes Pferd. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich weiß, wie das Pferd heißt, aber Pony. Also wir haben tatsächlich auch einen Pony zu Hause. Und ja, deswegen ist halt für Kinder, die halt Bibi und Tina, die sind ja immer noch eine große Nummer und Kinofilm und ich glaube vierter Kinofilm, glaube ich. Ja, der vierte ist ja jetzt auch gerade gestartet im Kino und ja. Das war Bibi. Bitte mal, ja. Mir fällt gerade noch ein, als wir auf Burg Staleg waren letztes Jahr. Ja. Da konnte man ja in der Lotterie ein Bibi und Tina Spiel gewinnen, das man aber nächstes Jahr wieder mitbringen muss. Das war so eine Art Wanderpokal. Das haben da dann die Fans gespielt, weil das halt jedes Jahr gespielt wurde und dann unterschrieben wurde und so. Das sah schon ziemlich zerkrakelt aus. Das kenne ich jetzt nicht. Weil du vorhin von Saufspiel geredet hast. Ja, das ist doch irgendwie so dieses Geflügelte. Oh, aus dem Kinderspiel kann man ein gutes Saufspiel machen. Ja. Könnte man. Sollte man vielleicht nicht. Ja. Gut. Das war Bibi und Tina erschienen bei Schmidt Spiele von Kai Haferkamp. Ähm, ja. Mehr Infos sind glaube ich nicht. Da. Da. Ein Lizenzprodukt quasi bei mir im Haushalt. Wo wir das letzte Mal über Lizenzspiele, nur dass ich keine habe. Jetzt schon. Ja, stimmt. Wobei das nicht ganz stimmt mit Lizenz an der Stelle, weil Schmidt Spiele ist ja mit sein, hat ja in der Oberfirma, der gehört ja auch die Firma, die Bibi und Tina als Lizenz rausgibt. Kiddings. Also das ist in dem Sinne eine hausinterne Lizenz. Kiddings ist das glaube ich, ne? Ja, Kiddings, die gehört auch. Ach, okay. Die gehört in die selben Firma. Siehst du wieder. Also von da aus gesehen, die sitzen im selben Haus. Das ist an der Stelle, also da muss man auch nicht mal vor das Regenwetter, damit man da irgendwie sowas absprechen kann. Also von da aus gesehen, können wir jetzt überlegen, ob das als Lizenzspiel gilt. Ach, verdammt. Also nicht. Ja. Gut. Ja, jetzt habe ich mal was vorgestellt. Gut. Dann komme ich zu meinem Spiel, oder zum ersten Spiel, und zwar Family Flutterby. Man sehe hier, beachte das Wortspiel Flutterby and Butterfly. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, Entschuldigung. Ja, das war jetzt auch lustig. Er hat es vorher nicht begriffen. Ich habe es letzte Woche begriffen gelacht. Ich habe es vorher nicht. Ich habe es vorher nicht geschneit. Sehr gut. Okay, also die Fluttern vorbei, die Familie Flutterby. Und zwar ist es ein Kinderspiel für Kinder ab fünf Jahren. Und jeder Spieler, oder wir suchen Schmetterlinge. Und jeder Spieler bekommt dafür ein sogenanntes Schmetterlingsbrett. Ich weiß nicht, ob wir von früher noch diese Dinger, die nannten wir immer Himmel und Hölle, so zusammengefaltetes Papier, was man immer so hin und her falten konnte. Ja. Und irgendwann musste man Stopps machen und konnte mal aufklappen und dann war da irgendwas drin, entweder ein doofer Spruch oder sowas. Und so ähnlich muss man sich jetzt dieses Schmetterlingsbrett auch vorstellen. Also es ist quadratisch. Und es hat vier Quadranten. Und diese vier Quadranten bestehen auch wieder aus quadratischen Feldern, die zusammengefaltet wurden. So, dass man diese vier Quadranten jeweils hin und her falten kann. Das ist jetzt schwer zu erklären. Da müsste man sich am besten mal Bilder angucken. Und auf diesen Feldern oder diesen Quadranten sind immer Schmetterlinge. Und diese Schmetterlinge bestehen aus zwei Flügel. Und die sind aber unterschiedlich farbig. Haben eine unterschiedliche Farbe. Und jetzt durch das hin und her falten auf diesem Schmetterlingsbrett findet man immer wieder neue Schmetterlinge mit unterschiedlichen Flügelkombinationen. Sei es jetzt grün-rot, gelb-pink oder pink-pink oder lila-grün, lila-rot oder rot-lila. Alle möglichen Konventionen. Das Spiel besteht jetzt darin, in der Mitte wird eine Karte umgedeckt. Da sind entweder ein oder zwei Schmetterlinge drauf. Und man muss jetzt versuchen, auf seinem Brett durchfalten und hin und her falten, diese Schmetterlinge zu finden. Das erfordert eine relativ hohe Auffassungsgabe. Weil nach spätestens drei-, viermal umklappen, denkt man, ich bin durch alle möglichen Kombinationen durch. Der ist nicht dabei. Das geht gar nicht. Und dann, wie diese Knobelspiele, wo so zwei Metallringe dabei sind, wo man sagt, das geht nicht auseinander. Und dann klappt man einmal doch irgendwas anders in eine andere Richtung. Und was man anscheinend doch vorher nicht gemacht hat. Und auf einmal entsteht dieser Schmetterling. Das ist dann schon relativ anspruchsvoll im ersten Moment. Ich glaube, für Kinder weniger anspruchsvoll als für so erwachsenen Gehirne. Die dann versuchen, irgendein Muster zu falten oder nach einem bestimmten Vorgehen durchzugehen. Während die Kinder einfach wild drauf losfalten und dann versuchen, diese Schmetterlinge zu finden. Äh, ist relativ kurz. Also, ich würde mal sagen, so eine komplette Runde. Ich glaube, wenn man, äh, acht oder wie viele Schmetterlinge gefunden hat, ich weiß gar nicht genau. Äh, ach nee, es werden 13 Schmetterlingskarten in die Mitte gelegt und wer da zuerst, oder wenn alle 13 aufgebraucht ist, wird geguckt, wer das, äh, wer die meisten hat. Das ist also relativ flott gespielt. Wobei man halt dann sagen kann, okay, äh, Geekinder, die eine längere Durchhaltsvermögen haben, können dann noch eine Runde spielen, wenn sie möchten. Äh, das ist also wirklich ganz schnell. Man muss auch nicht groß lange ruhig sitzen bleiben, sondern einfach wild drauf losfalten. Äh, die Sachen sind auch relativ stabil. Sieht jetzt so aus, als könnten die doch einige Kinderhände überleben. Es ist halt immer die Frage, wie pfleglich die damit umgehen, aber unsere sehen auch relativ gut aus, obwohl die auch schon durch einige Kinderhände gewandert sind. Das haben wir beim Termin auf der Messe gespielt. Das war doch das, ne? Genau. Das fand ich irgendwie total niedlich. Also, das ist ein, man könnte wirklich sagen, auch dieses Spiel trifft niedlich wirklich sehr schön zu. Genau. Es ist eine kleine Schachtel. Es sind kleine, äh, Schmetterlingsbretter, die also auch sehr gut in Kinderhände zu halten sind. Äh, Arne hat schon schon, also der Arne kann ihn komplett in die Hand nehmen und dann sind sie weg, glaube ich. Ich feite alles mit einmal. Ja. Ähm, also wirklich kindergerecht alles. Die Grafik halt sehr, sehr bunt und niedlich. Und wie gesagt, ein schnelles, einfaches Spiel, was du halt auch ohne Großregelerklärung schnell den Kindern beigebracht hast. Ja. Das war jetzt Family Flutterby von, äh, Huch und Friends. Äh, vom Autoren Martin, äh, Niedergaard Andersen. Könnte irgendwas Schwedisches. Gandinavisches. Ja, irgendwas kann die Navigkeit auf jeden Fall sein. Äh, nettes kleines Spiel, dass man auf jeden Fall Kindern, die etwas, wie gesagt, die nicht lange ruhig sitzen bleiben können, was Schnelles haben wollen, gut spielen kann. Flutter hätte ich auch noch was jetzt zum Einschieben. Könnte ich mich ja mal vordrängeln. Du meinst, ich rede am Ende eh immer nur noch? Ja, den kann ich nämlich ausmachen. Wie, dann kannst du ausmachen. Nee, da bin ich dagegen. Nee, lass mal den, Matthias. Also die Hörer, bitte merkt euch, ich hab gleich was mit Flattern. Ob die Hörer das merken. Die sind, die denken sich, oh, oh, der Arne, der kommt vorbei. Gut, ich bin jetzt eigentlich, also das ist ein Spiel, das ich erst gar nicht als Kinderspiel wahrgenommen habe, weil ich damit sofort viel Spaß hatte. Das hatte ich schon vor knapp zwei Jahren gespielt auf Malle, zusammen mit dem Ralf, Ralf Zolinde. Und wir saßen da und wir waren völlig begeistert. Es geht darum, wir spielen Mino und Tauri. Okay, ganz kurz noch, wem sagt jetzt wieder Malle nix? Also sag nochmal kurz, was es ist. Ja, für alle die Hörer, also das ist auf Mallorca, da gibt es so ein Klickenabendgathering, wo ganz viele Redakteure und Autoren zusammenkommen und gemeinsam ganz viele Prototypen spielen. Eine Woche lang. Das ist Arbeit. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das muss ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, es ist Arbeit. Aber gut aufgepasst, Genee, bei mir ist es irgendwie gerade vorbeigeruscht. Ja, irgendwas muss der René ja auch machen. Also wenn er dich schon in die Schranken weisen kann, dann kann er auch mich in die Schranken weisen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir reden jetzt von Mino und Tauri. Ahne ist dran. Was? Nee. Die finden den Namen schon mal ziemlich cool, weil es geht halt um Labyrinthe. Und da fällt einem natürlich in der alten griechischen Saga natürlich der Mino Taurus ein, der halt die Labyrinthe bewacht. In diesem Fall geht es halt darum, dass das zwei coole Außerirdische sind. Der eine ist Mino, der andere ist Tauri. Und die gehen durch verschiedene Labyrinthe. Die sehen sich dabei aber nicht. Wir haben vom Schachtelaufbau her eine Wand zwischen uns stehen. Jeder hat auf seiner Seite ein Labyrinth aufgezeichnet. Das ist jetzt aber nicht so, dass es irgendwie ein durchgehendes Labyrinth ist, sondern das ist effektiv in Bereiche unterteilt, wo man reingehen kann und wo man nicht reingehen kann. Also effektiv, es gibt keine Türen oder sowas, sondern ich habe den Bereich und wenn ich in einen anderen Bereich will, dann kann ich mich da aber nicht reinbewegen. Auf der anderen Seite sind diese Bereiche aber anders abgesteckt. Das heißt, wenn ich kann uns bis dahin bewegen, dann wäre ich in der Mauer, dann kann der andere sagen, aha, aber ich kann hier weitergehen und dann schiebt der mich über die Mauer, wo ich dann rüberhüpfe, weil er ist ja in die Richtung gegangen und nicht ich. Und auf diese Weise können wir uns durch dieses Labyrinth bewegen. Wir müssen uns gucken, dass wir halbwegs noch merken, wo könnte der andere lang gehen, wo konnte ich lang gehen. Und man kommuniziert natürlich die ganze Zeit. Man sagt dann sowas wie weiter nach links, nach rechts. Nein, ich muss da jetzt rüber. Ich komme da nicht. Dann muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen, um einen anderen Weg zu finden. Und in diesem Labyrinth sind verschiedene Gegenstände versteckt. Manche sind auf der einen Seite und manche sind auf der anderen Seite. Und da ist ein Kartenstapel, der wird brav gemischt. Und dann versucht man halt nacheinander, diesen ganzen Kartenstapel durchzuackern. Und das halt in einem Zeitlimit. Und damit das nicht zu einfach ist, sind diese Bretter halt so gestaltet, dass man die halt linksrum, rechtsrum und in allen vier Seiten ausrichten kann, sodass man sich das auch nicht ganz merken kann. Und da liegen natürlich gleich vier Bretter dabei, die Stückchenweise schwieriger werden. Und schwieriger heißt an dieser Stelle nicht, dass es verzweigter ist, sondern dass da einfach mehr Gänge sind. Also dass das effektiv mehr Felder sind. Auf dem ersten Brett, dass noch relativ große Felder sind, sind auf dem letzten Brett relativ kleine Felder, damit wir da mehr auf dem Brett drauf bekommen. Und das ist eigentlich auch schon das Ganze an dem Spiel. Und so versuchen wir miteinander zu kommunizieren und möglichst schnell rumzukommen und die Sachen einzusammeln und dann zu sagen, nein, ich muss da lang, nein, da lang und hoch und noch mal und nee, da komm ich nicht durch und jetzt lass es schnell so rumgehen und so. Macht, finde ich, total Laune. Super viel Spaß. Hast du es auch mal mit Kindern spielen können? Ja. Und bei denen klappt das auch gut? Ja, also das ist tatsächlich, also wenn Erwachsener mit einem Kind spielt, ist es tatsächlich so, dass natürlich der, zumindest ich als Erwachsener, ein bisschen ungeduldiger bin, weil das Kind natürlich nicht so schnell begreift wie ich. Es ist natürlich tatsächlich einfacher, wenn man das mit einem Erwachsenen spielt. Aber auch da ist Spaß da, was ich ja immer ganz total toll finde, wenn ein Kinderspiel auch in einer reinen Erwachsenenrunde gut funktioniert. Nur Kinder, habe ich zugeguckt, hat auch sehr gut funktioniert. Also wenn ein Kind mit Kind spielt. Kind mit Erwachsenen, da würde ich sagen, muss der Erwachsenen natürlich sich auf das Kind einrichten können und die Geduld dabei haben. Wenn man das hat, dann ist das auch kein Problem. Dann schafft man vielleicht nicht alle oder so, dann zählt man einfach nur, wie viele man geschafft hat oder wie viele fehlen und ist auch damit zufrieden. Gut. Ansonsten auch nochmal Lob an die Redaktionen. Also wirklich schöne Sachen, die man da findet, weil das natürlich so Außerirdische sind, die da rumschweben. Da sind natürlich ganz viele Anspielungen dabei. Da ist auch ein Fluxkompensator dabei und solche Sachen. An der Stelle, also das gefällt mir besonders gut. Sehr, sehr gut gelungen. Ja, ich fand das, ich habe das auch gespielt und fand das auch, ich habe es gar nicht mit meiner Tochter gespielt, fällt mir gerade ein, sondern eher mit Untererwachsenen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Wann ist denn das rausgekommen? Weißt du das zufällig? Das ist, wenn ich mich nicht irre, jetzt in, äh, im September, letztes Jahr rausgekommen. Ja. Könnte das ja theoretisch auch nochmal für den blauen, ähm, für den Kinderspielpreis vielleicht, ähm, eine Relevanz haben, oder? Was meinst du? Ähm, könnte es haben. Fände ich cool, ähm, da muss ich noch auf jeden Fall einen Überblick finden, aber das wäre nicht das einzige Spiel von, äh, Amigo, die, das da in der Kategorie relevant wäre, sagen wir mal so. Echt? Welche ist denn noch? Eiscool? Oh ja, ja, wie viele Jahre ist denn da? Auch das ist ein Spiel, wo man sagt, das spielt doch mit den Kindern, das spielt doch mit Erwachsenen, aber das ist auch ein Kinderspiel, sonst ist es nicht. Stimmt, das haben wir, ja, das haben wir Weihnachten mit meiner, aber, das haben wir tatsächlich auch mit meiner Tochter und die haben da genauso gute Chancen wie die Erwachsenen, das ist immer so ein schönes, schönes Zeichen, finde ich. Ja. Ähm, kurz nochmal die Rahmendaten, das ist also, wie gesagt, Amigo-Spiele, ähm, der Illustrator ist Marek Blaha und der Autor ist Carlo Rossi. Ja, mich da raus. Ja, und im holländischen, also im niederländischen heißt es Sick and Zack. Ähm, finde ich, ist nicht ganz so spannend wie Mino und Tauri, da ist wahrscheinlich den Holländern der Witz verloren gegangen oder so. Naja, wer weiß, wie der Mino Taurus auf Holländisch heißt. Ähm, das ist eine gute Frage, aber ich denke, der Minotaur ist also, als englischer Begriff ist, äh, den Holländern genauso, äh, geläufig. Aber vielleicht hat Mino oder vielleicht hat Tauri auf niederländisch was anderes zu bedeuten. Du meinst so wie der Nebel im Deutschen? Wie der Nebel im? Es gab mal eine Autofirma, die nannte ihr Auto Mist, weil sie das als Nebel da so cool war. das gibt ja auch den Mitsubishi Pajero, ne? Aber das ist, äh, führt uns zu anderen. Genau. Ja, also das kann ich nicht einschätzen. Aber, wie gesagt, ich finde den Namen auch total toll, weil, äh, er witzig ist. Und ich weiß auch, dass der liebe Christian da zwei wunderbare T-Shirts für seine Söhne gemacht hat. Die sehen total cool aus, die Shirts. Matthias, würden die auch passen? Ähm, äh, so klein bin ich dann doch nicht. Oder zumindest nicht so dünn. Ja, schweifen wir nicht vom Thema ab und gehen direkt wieder zum Arne, der jetzt irgendwas flattern wollte. Genau. Ich wollte ja vorhin schon überleiten, aber ihr habt mich ja abgewürgt. Ich, äh, möchte über einen, äh, Matthias hat ja gerade das Mino und Tauri vorgestellt, was ja so einen Aufbau, so einen kleinen Aufbau in der Schachtelmitte hat. Und, äh, das Spiel, über das ich jetzt reden möchte, hat das ebenfalls, sondern das Ganze nochmal ein bisschen krasser, äh, sondern nämlich über Burg Flatterstein möchte ich reden. Burg Flatterstein, da spielt die Spielschachtel auch wieder noch eine, eine kleine Rolle, denn man baut in diese Spielschachtel so eine halbe Fassade von einer Burg rein und der Schachtelboden ist auch noch irgendwie Burggraben und Brücke und das macht richtig, und Laufstrecke, also die, äh, es geht in dem Spiel darum, ähm, mit seinen Spielfiguren, diese, diese Fassade zu erklimmen. Man beginnt im Schachtelboden, zieht dann halt über diese Brücken, durch die Fenster, klettert man an den Simsen entlang, äh, bis ganz nach oben zum obersten Feld. Man darf seine Spielfiguren bewegen, indem man Punkt, Bewegungspunkte sich, äh, er spielt, nenne ich's mal, äh, indem man so, Stoff, kleine Stoffledermäuse von einer Abschussbasis, so einem, kleinen, wie nenne ich das denn, äh, so einen kleinen Blasen, Katapult, bitte? Wie so ein Katapult quasi eigentlich. So einen kleinen Blasebalg, also das ganze Ding hat, das ganze Spiel hat so ein, äh, so ein Konstrukt dabei, das ist, ähm, ein, vorne ist so ein kleiner Grill drauf, da legt man diese Stoffledermäuse drauf und dann hat man hinten so eine große Fläche, wo man so drauf, schlä, drauf, haut, drückt, ja, oder drauf drückt, gefühlvoll am besten und, äh, damit katapultiert man dann diese, mit dem Luftschub, katapultiert man dann diese Fledermäuse über diesen Spielplan und, äh, idealerweise fliegen dann diese Fledermäuse durch die Fenster, denn wenn eine, eine dieser Stoffledermäuse, das sind so ganz kleine, äh, Stofflappen einfach nur, die so, ich weiß nicht, wie groß sind die, so zwei, drei Zentimeter nur, äh, durch die Fenster fliegen, darf man seine Spielfigur drei Schritte nach vorne bewegen. Ähm, landet sie irgendwie woanders, dann gibt es zwei Punkte oder wenn sie nur unten in der Schachtel landet, dann nur ein Punkt, landet sie im Burggraben, äh, passiert auch, kommt ein Geist zu Hilfe und dann darfst du irgendwie ein Kärtchen ziehen und, äh, ja, also man versucht, die Hauptaktion ist halt einfach diese, diese Fledermäuse irgendwie über diesen Spielplan zu schießen, was auch gar nicht so einfach ist, denn die haben so eine Fledermausform und die ist relativ unberechenbar und, Aerodynamik war da kein Kriterium. Ja, aber das macht ja gerade den Spaß aus, dass du ja nicht, genau, dass du nicht gezielt irgendwie diese Fenster triffst, ähm, sondern die flattern dann irgendwie irgendwo lang und, äh, das, das sorgt dann halt auch für Gleichheit zwischen Erwachsenen und Kindern und, äh, es macht dann halt viel her, wenn diese Kinder da irgendwie, äh, diese Kinder da rumfliegen, nein, die, äh, Fledermäuse da rumfliegen und dann über den Plan oder daneben oder fallen doch noch in den Burggraben und, äh, ja. Und die Freude ist natürlich umso größer, wenn dann tatsächlich eine Fledermaus durch das Fenster fliegt. Genau. Und nicht wieder irgendwo hängen bleibt und dann so rumschlabbert. Ja, es klingt halt einfacher, wie es tatsächlich auch ist, also das ist, äh, ist so dieser Ice-Cool-Effekt, wenn man wahrscheinlich einen geübten Spieler dabei zuschaut, der schießt da irgendwie gezielt und das sieht dann auch cool aus und wenn ich das dann mache, dann fliegen die sonst wo lang, die Dinger. Aber wir haben da riesen Spaß mit gehabt mit dem Spiel äh, und, äh, wie gesagt, das ist, äh, Ja, was dabei auch manchmal noch Sinn macht, ähm, manchmal hat man das Gefühl, so, okay, ab einem gewissen Punkt hat man als Erwachsener mehr so das Gefühl, ähm, wie fest ich draufdrücken muss, damit die Fledermaus die richtige Geschwindigkeit kriegt, um die Höhe zu behalten. Ähm, wenn du aber dann als Schwierigkeitsstufe für die Erwachsenen sagst, du musst das mit deiner schwachen Hand, also bei rechten, mit der linken Hand machen, äh, ist das ganze Gefühl auf einmal wieder dahin. Oder du machst halt als Erwachsener ziehst du einfach die, 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 äh, die Rampe einfach ein Stückchen nach hinten oder sowas, dass der Weg weiter weg ist oder irgendwie sowas. Also du kannst das schon noch ein bisschen ausgleichen. Genau, also das ist, das ist immer ganz positiv, wo du sagen kannst, okay, wir machst das halt für den Erwachsenen ohne großen Aufwand ein bisschen schwieriger, ähm, weil du, jedenfalls etwas besser bist gerade als so kleinere Kinder, ne? Ja. Also das sind die Kinder auch wirklich auch, die kriegen das aber auch relativ schnell raus, finde ich. Also bei uns hat das, aber es kann natürlich auch ein bisschen frustig sein, das Spiel. Also wenn, wenn das dann irgendwie beim fünften Mal immer noch nicht klappt, dann hab ich's auch schon erlebt, dass Kinder gesagt haben, nee, ich geh jetzt weg. Ende. Ja, da muss man schon ein bisschen frusttolerant sein, also. Aber trotzdem, also dieser Aufbau macht natürlich einiges her und, äh, das ist alles, hat alles Hand und Fuß oder wie sagt man das? Ja. Verdammte Floskeln, ne? Ja. Matthias, hast du noch Fragen? Nein. Also ich möchte noch mal betonen, also optisch ist tatsächlich ein richtiger Hingucker, ne? Also diese, diese ganze Burg, das, das, äh, was du da aufbaust, das sieht super toll aus und dann dieses, ja, so wie so eine alte Burgruine, die du da wirklich stehen hast. Das ist alles sehr schön geworden. Ja, das ist, ist halt von drei Magier Spiele und die haben es halt einfach drauf, so einen gewissen Flair einzufangen, habe ich immer so das Gefühl. Das ist, das, das, das wirkt immer alles sehr rund bei denen. Ja. Ja, das war Burg Flatterstein, äh, erschienen, ja, bei drei Magier Spiele. Ähm, wie ist das im Vertrieb? Sind die im Vertrieb bei Schmidt oder sind die Schmidt oder ach, das ist ja auch alles wieder kompliziert. Die sind bei, im Vertrieb von Schmidt, ähm, die waren nicht immer Schmidt, aber ich glaube, die sind inzwischen auch Schmidt und nicht nur Vertrieb, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, deswegen. Also ich habe gerade die Anleitung vor mir, da steht, Copyright drei Magier Spiele bei Schmidt Spiele. Es sind drei Magier Spiele, ist mir auch egal, ob die jetzt Vertrieb oder sonst was ist, äh, und der Spiel hat Guido Hoffmann gemacht. Und die Illustration? Äh, Rolf Vogt. Ja, der ist auch super. Ja, ich glaube, der macht viel für drei Magier, ne? Der hat ein bisschen so den Stil geprägt, weil ich glaube, Ja, deswegen, das ist so, die haben so einen komischen Stil, den erkennt man irgendwie so, also nicht komisch, sondern so einen einzigartigen Stil, den man irgendwie sofort erkennt. Ja. Gut, dann komme ich mal zu meinem zweiten Spiel. Äh, ein Spiel, was ich, ähm, vor, letztes Jahr zu Nürnberg, äh, wurde das angekündigt und wo ich sofort gesagt hatte, oh, wie geil ist das denn? Das muss ich haben. Und zwar Robby, Toppy und das Flievertüt. Äh, über das Spiel kann ich fast nicht wirklich, ähm, objektiv berichten, weil ich einfach das total toll fand, damals als Kind. Äh, zum einen das Buch und, äh, aber auch die damals, äh, äh, ja, sehr skurrile, äh, Marionetten-Serie, Fernsehserie, die es dazu gab, äh, die man sich heute wahrscheinlich nicht mehr angucken möchte. Ähm, doch. Ich glaube, nein, das ist nicht mehr, das ist nicht gut gealtert, wie man noch, das ist ja so schön sagt. Gibt's bei YouTube, ne? Sogar. Ja. Wo dann, äh, die, die, die beiden Hauptcharaktere sehr schöne Marionetten sind, die auch einiges können, aber viele Nebencharaktere sind so tapezierte Klorollen. Also. Ich, das hatten wir in Nürnberg auch, die Diskussion. Herr Spillner, sie sind draußen. Wo war, wo war vor diesem Ding da standen und du hast, du bist voll abgegangen und ich sag, was ist das denn? Ja, weil sie auch, dann stand ja auch das richtige Flievertüt, das Original-Flievertüt aus dieser Serie. Noch darum. Ach, das fand ich schon sehr toll. Ich lese gerade den Wikipedia-Artikel, da steht Drehbuchautor und Regisseur war Armin Maywelt. Von einer, also Verfilmung von 72, also da gab es wohl nochmal irgendwie eine Verfilmung, ach, ja, irgendwie. Naja, kommen wir aber von der Fernsehserie jetzt zum Spiel. In dem Buch, beziehungsweise in der Serie geht es ja darum, dass der Roboter Robby drei Roboterprüfungen ablegen muss und dazu die Hilfe von dem Erfinder Tobi braucht, der das Flievertüt entwickelt hat. Und wir sollen jetzt auch Roboterprüfungen erledigen. Dafür liegt in dem Spiel ein großer Spielplan, eine große Welt oder eine Weltkarte dabei, wo verschiedene Orte drauf abgebildet sind. Beziehungsweise die Orte sind verschiedene Symbole drauf abgebildet. Zum Beispiel ein Panda-Bär, ein Wolf, ein Tiger, was haben wir noch, äh, der Eiffelturm, äh, Mount Rushmore und so weiter. Also, äh, viele bekannte Tiere oder Orte, auch die, die hier, die diese, äh, Köpfe von den Osterinseln sind dabei. Und es befindet sich drauf ein Streckennetz, von, äh, wo man jetzt über diese Weltkarte reisen kann. Ähm, und zwar gibt es drei unterschiedliche Strecken. Es gibt einmal, äh, eine grüne, das sind die Straßen. Dann gibt es eine blaue Strecke, das ist Wasser und es gibt eine rote Strecke, das ist Luft. Weil wir sind ja mit dem Flievertüt, was fliegen kann, was im Wasser fahren kann, äh, und was, äh, über die Straßen fahren kann. Äh, äh, zusätzlich hat jeder Spieler vor sich ein Armaturenbrett mit einer, ähm, äh, Anzeigetafel für Himbeersaft. Weil das Flievertüt, wie ja jeder weiß, fährt nicht mit Benzin, sondern mit Himbeersaft. Ersatzweise auch mit Lebertran. Und jetzt hat man drei Anzeigen, einmal, ja, für Rot, äh, Blau und Grün. Aber diese Anzeigen sind jetzt nicht irgendwelche Schieberegler oder Klötzchen, die man hin und her bewegt, sondern es sind diese kleinen Geduldsspiele, die man von früher noch kennt, wo man so Metallkugeln in so, äh, so Löcher buxieren muss, wo man als Kind eigentlich immer daran verzweifelt ist. Und genau das ist der, die Mechanik oder der, der Motor hier in dem Spiel. Man muss also jetzt diese, ähm, Kugeln in die, äh, entsprechenden Löcher buxieren. Dabei hat man halt drei von diesen Geduldsspielen, die zusammen auf einem Brett sind. Ähm, da ist jetzt die Schwierigkeit, dass man sich natürlich nicht auf alle drei gleichzeitig konzentrieren kann, sondern man muss versuchen, eins irgendwie zu, zu, zu managen, dass da die Kugeln richtig landen. Bei den anderen ist es dann durch Zufall auch noch drin. Und jeder kann, äh, oder irgendein Spieler sagt dann zu einem beliebigen Zeitpunkt Stopp! Und alle müssen aufhören. Und dann hat jeder Spieler quasi, äh, so viel Treibstoff oder so viel Himbeersaft gesammelt, wie er jetzt Kugeln in die entsprechenden Löchtern. Also für die entsprechenden Wege, Rot, Blau und Grün, habe ich dann Himbeersaft gesammelt und kann dann mit meinem Flievertüt auf der Weltkarte entsprechende Strecken befahren. Wenn ich dreimal blau, äh, äh, drei Kugeln in Blau versenkt habe, darf ich drei Felder fahren, die mit Blau, die Blau benötigen. Habe ich jetzt nicht genügend oder kann nicht mehr weiter oder es wird Rot oder Blau verlangt und ich kann nur noch, habe nur noch Grün, kann ich halt nicht mehr weiterfahren. So, warum fahre ich jetzt auf diesem Plan überhaupt durch die Gegend? Und das sind die Roboterprüfungen. Die sind jetzt in zwei Schwierigkeitsgraden. Einmal sind sie mit der Bildseite, also sind Karten mit einer mit der Bildseite, die einfach das Symbol anzeigen, wo ich hinreisen muss mit meinem Flievertüt. Ähm, die Rückseite der Karten hat dann einen Text. Und zwar, weiß ich nicht, äh, suche den russischen Weltraumbahnhof von dem aus Raketen ins All fliegen. Äh, für Kinder, die lesen können, heißt das also, okay, sie müssen sich irgendwie gucken, was könnte das denn für ein Symbol sein, reisen dann zu einem Ort und sagen, so, ich bin jetzt da und dürfen dann die Karte umdrehen und das Symbol vergleichen, ob sie das Richtige gereicht haben. Hm? Oder suche einen Berg ohne Spitze am Südsipfel eines Kontinents. So, jetzt kann man aus den Informationen versuchen herauszufinden, welches Ziel es denn ist, was man erreichen soll. Äh, und wer zuerst drei dieser Roboterprüfungen erledigt hat, der hat das Spiel dann gewonnen. Ähm, ja, grundsätzlich ist es halt echt mal ein komplett neuer Ansatz, mit diesen Geduldsspielen, diese Kugeln da reinzuboxieren. Äh, das kann sich jetzt so noch aus keinem Spiel, ähm, ja, die, die Grafik ist natürlich toll, die Geschichte drumherum ist toll. Äh, ich finde es schön, dass es zwei Schwierigkeitsgrade gibt, also einmal mit dem, mit der Bildseite und einmal mit der, mit der textuellen Seite, sodass du sagen kannst, okay, die Kinder sind jetzt, äh, sieben oder so, können schon gut lesen, die dürfen dann entsprechend schon, oder können dann entsprechend schon mit der, mit den Texten arbeiten und nicht nur mit den Bildern. Aber jetzt so wie bei uns ist es halt auch optimal, die, äh, Emma kann noch nicht lesen, also darf sie halt mit den, äh, Bildkarten arbeiten. Ähm, hierbei auch ein kleines Problem, in Anführungszeichen, ähm, wie bei Burg Flatterstein, dass ein Erwachsener relativ, äh, schnell, äh, besser dran wird, diese Kugeln reinzubuxieren, aber da auch wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ein Erwachsener macht das halt nur mit der linken Hand, äh, und schon wird es wieder um, um Klassen schwerer werden, dann die Kinder beide Hände einfach verwenden dürfen, um das Tableau zu halten. Kleiner Minuspunkt an der Stelle ist, ein bisschen bei der Verarbeitung dieser Geduldsspiele, ähm, und zwar bleiben manchmal die Kugeln am Deckel hängen, oder an einem Glasdeckel hängen, äh, und das ist halt sehr ärgerlich, wenn das halt während des Spiels passiert und du bist gerade dabei, ähm, deine Kugeln zu, reinzubuxieren, und dann bleibt eine Kugel irgendwo hängen und du kriegst sie eigentlich nur frei, indem du das ganze Ding einfach kräftig rüttelst, womit durch alle anderen Kugeln wieder rauskommen. Also da ist echt ein bisschen, ha, Luft nach oben, oder zu wenig Luft nach oben, in dem Fall. Aber ansonsten einfach ein tolles Spiel in diesem, äh, Robby, Tobi und der Flievertüt-Universum. Das ist doch schön. Noch Fragen, Kienzle? Ist jetzt aber schon ein bisschen komplex, oder nicht komplexer, aber, ähm, schon für, äh, Ja, es klingt jetzt wahrscheinlich schwieriger, als es eigentlich ist. Aber es ist halt schwierig, diese, diese, diese Himbeersaft-Anzeige, äh, was du da machen musst, zu beschreiben. Himbeersaft-Anzeige ist schon geil, äh, Ja, wie gesagt, das Flievertüt fährt natürlich auch mit Himbeersaft. Ja, ähm, es hat sich aber anscheinend zumindest, äh, gut verkauft, denn, äh, steht ja schon die Erweiterung in den Startlöchern. René wedelt schon mit den Geldscheinen. Ähm, ja. Da meine Seele wagte sich in meinen Mauern zu besuchen, musste ich mein ganzes Vermögen für Himbeersaft ausgeben. Was? Ja. Gut. Ja, äh, dann kurz noch die Eckdaten. Das Spiel ist von Huch & Friends, äh, Autor ist der Kai Haferkamp. Den hatten wir heute schon mal. Den hatten wir heute schon mal, der war fleißig. Wir hatten auch Huch & Friends schon mal. Ja, die waren auch fleißig. Ja, ähm, ich kann's eigentlich jedem, der Kinder hat und, äh, Robbi, Tobi und der Flievertüt mag oder Fan davon ist oder auch jemand, der nur Fan davon ist und keine Kinder hat und einfach was Tolles haben möchte, äh, wärmstens empfehlen. Das macht einfach Spaß. Ja, und da auf der Matthias. Oh, ich, ähm, gut, äh, dann hab ich auch noch ein Spiel, ähm, 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 okay, ja, dann stell ich genau das auch vor. Hm. Das ist jetzt tatsächlich, ich würde behaupten wollen, das älteste Spiel von denen, die wir heute vorstellen. Das war nämlich, und es wird dieses Jahr garantiert nicht von der Jury beachtet, weil es nämlich letztes Jahr schon nominiert war. Hm, war nominiert zum Kinderspiel des Jahres und, äh, das haben wir tatsächlich hier auch inzwischen ausgiebig gespielt, auch wieder mal auch nur mit reinen Erwachsenenrunden. Äh, das ist nämlich ein kooperatives Spiel und das macht tatsächlich auch ohne Kinderspaß. es geht darum, dass, äh, die Kinder, äh, also das ist halt eine Speisekammer voller, äh, netter, leckerer Sachen und die Kinder sind halt irgendwelche Mäuse, die versuchen aus der Speisekammer Sachen zu klauen und da ist halt eine Katze, die, oh, sich versucht, an uns ranzuschleichen und uns zu fangen. Äh, wenn wir dran sind, dann würfeln wir und dann, äh, versuchen wir, diese Würfel einzusetzen. Ähm, also auf den Würfeln sind diese verschiedenen Gemüsesachen angebracht. Äh, also wenn ich eine Gurke würfle, kann ich sie auf ein Gurkenfeld legen und solche Sachen. Und, äh, wenn ich alle Teile einer, ähm, äh, eines Gemüses abgedeckt habe, äh, dann, nochmal, also, ähm, es geht halt darum, dass wir, äh, eine Gruppe von Mäusen sind und die versuchen, eine Speisekammer Leerzug stibitzen, bevor die Katze sich an uns ranschleicht und, äh, uns fängt. Äh, wir haben dazu, äh, drei Würfeln und auf den Würfeln sind, äh, die verschiedenen Sachen aus der Speisekammer abgebildet. Da gibt es Brot und Fisch und Gurken und, äh, Käse und ich glaube, Karotte gab's noch. Und auf der sechsten Seite ist ein X. X ist sowas wie ein Fehlwurf. Äh, und wenn wir dran sind, dürfen wir die Würfel halt beliebig oft würfeln, solange sie keine X zeigen, also die X werden rausgenommen und, äh, die anderen Würfel, die können wir halt entsprechend auf dem Brett platzieren, wobei wir halt beachten müssen, nachdem wir die erste platziert haben, und das ist jetzt schon eigentlich Profilegel, aber wir spielen halt immer mit Profilegeln, dann dürfen die weiteren nur in derselben Reihe oder selben Spalte, äh, platziert werden. Also sobald wir die zweite platziert haben, die dritte natürlich nur in derselben Reihe beziehungsweise Spalte platziert werden. Äh, genau, und dann, äh, wenn wir dann, wenn wir sagen, wir können halt jederzeit aufhören, bevor wir sagen, oh, wir machen einen Fehlwurf oder so, das wäre nämlich ganz schlecht, äh, lassen wir es so stehen und dann platzen wir auf diese Felder, die wir da haben, das ist so ein großes 6x6 Raster, wo die Sachen so länglich, so 2, 3, 4, 5 Felder groß äh, abgebildet sind, dann platzieren wir da so Mäusemarker drauf. Und wenn alle Marker eines Stücks abgedeckt sind, also alle 2, 3, 4 oder 5 Felder, äh, dann ist das halt in dem Sinne geklaut und dann, äh, ist das in dem Sinne erfüllt und wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, und wir versuchen halt eigentlich alles einzusammeln auf allen Feldern, bevor die Katze kommt, weil wenn ein Fehlwurf kommt, bewegt sich die Katze ein Feld auf uns zu und das, wenn sie das 2, 4, 6, 8, 9 Mal gemacht hat, äh, haben wir verloren. Oder 10 Mal. Ja, ich glaube 9 Mal waren es. Äh, und das ist eigentlich alles. Und, äh, gerade mit dieser Expertenregel, nur selbe Spalte oder Zeile, kommt auch tatsächlich eine Menge, äh, Gehirnschmalz mit rein, so, oh, wo platziere ich denn meinen ersten Würfel, dass ich möglichst viel und möglichst lange noch offen lasse und, äh, das Thema ist dabei auch gefühlt frisch und neu. Also, dass das so mit Katzen und Gemüse und so, das ist ja für, als Erwachsenenspiel tatsächlich mal was anderes, auch wenn jetzt natürlich heißt, ja, es ist ja eigentlich ein Kinderspiel, äh, die Kinder fanden das auch witzig. Ja, ist es denn jetzt ein Erwachsenenspiel oder ein Kind, nee, ein Erwachsenenspiel, also, es ist definitiv ein Kinderspiel, aber wir haben das als reine Erwachsenerrunde auch mit viel Spaß gespielt. Ja, also ist es ein Familienspiel. Ja, ein Familien, also für mich ist ja jedes Kinderspiel irgendwo ein Familienspiel, weil, da, es ist ein Spiel, das die Kinder alleine spielen können, man kann es natürlich auch Erwachsenen mit Kindern spielen, aber wie gesagt, es kann halt auch reine Erwachsenenrunden begeistern. Und das finde ich, ist immer sehr, sehr schön. Und, äh, das, das Spannende ist ja, dieses Spiel war ja schon, in Österreich hat es sogar das Spiel der Spiele gewonnen, also den, den großen Preis. Und, äh, deswegen war es dann umso überraschender, dass, äh, also als dann knappes Jahr später dann, also die Jury auch noch nominiert hat, hat ja dann leider nicht gewonnen. Da war ja noch, äh, mein Favorit Leo und, äh, der Sieger dann Stone Age Junior. Aber, äh, das finde ich, das tut dem Spiel keinen Abbruch. Das sollte man ruhig trotzdem mal gespielt haben. Es ist natürlich, es ist ein Albtraum, immer nach diesem Spiel zu suchen. Also es ist, es ist, mh, mit 3M und einem Ausrufezeichen. 3M und ein Ausrufezeichen. Suchmaschinen-optimierungstechnisch war das vielleicht nicht ganz so clever. Stimmt, the game war cleverer. Es war genauso unclever. Ja, aber nun, nun kann ich auch verstehen, wenn die Verlage sagen, wir machen das ja nicht für Suchmaschinen, sondern wir machen das ja für den Handel. Und im Handel fällt das sehr wohl auf. Das können nämlich auch Kinder lesen an der Stelle. Ich bin mir sicher, deine Tochter hätte auch mit vier Jahren gesagt, hm, weil sie das M schon erkennt, hätte erkennen können, oder? Ja. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, das ist eigentlich tatsächlich alles. Also es gibt, das Brett, das Spielrad hat noch zwei Seiten. Das eine ist etwas leichter gestaltet, das andere ist ein bisschen komplizierter gestaltet. Also leichter und komplizierter im Sinne von, auf der einen Seite sind mehr kleinere Felder, also mehr Zweier und Dreier, und auf der anderen Seite halt weniger kleine Felder. Aber wieso zum Teufel ist auf der Cover-Grafik, die zeigt eine Speisekammer, und wieso hängt da ein Poster an der Wand mit der Cover-Grafik? So ein bisschen Inception-mäßig, oder? Und auf dem Poster, auf dem Poster in der Speisekammer mit der Cover-Grafik hängt eine, ist die Cover-Grafik auch wieder drauf. Also wenn man da reinzoomen würde, würde man... Oh mein Gott. Ja. Das Never-Ending des Cover-Grafik. Das ist mir gerade aufgefallen. Könnte also reinfallen. Ja, da hatte jemand Spaß. Ja, wer hatte denn Spaß daran? Wer hat's denn gemacht? Wer hat's gemalt? Ähm, gemacht hat's der Rainer Knizia. Äh, illustriert, äh, wo steht denn hier? Wer hat's denn illustriert? Gucken wir mal auf die Schachtel drauf. Äh, es ist auf jeden Fall erschienen bei Pegasus-Spiele. In ihrer... Es ist tatsächlich erschienen, kurz bevor sie ihre Kinderspielreihe offiziell eröffnet haben. Äh, sodass es nicht dieselbe Schachtelform hat, wie die anderen Kinderspiele, nämlich dieses quadratische. Illustriert hat's der Andreas Resch aus Österreich. Äh, und drum gekümmert hat sich der Klaus Ottmeier als Redakteur. Genau. Und der Rainer Knizia bedankt sich bei Sebastian Bleasdale für seine Beiträge zur Entwicklung. Aha. Uh, wenn die in einem Büro hocken. Genau. Ja, bald nicht mehr, weil der Knizia zieht ja aus England weg. Ach so. Könnte was mit dem Brexit zu tun haben, aber das ist natürlich geraten. Das wird vermutet. Das wird vermutet. Das vermutest du. Ich vermute das. Es könnte mir aber auch nicht egaler sein, wo er wohnt, solange er gute Spiele macht. Ist mir auch egal. Also die Polen haben's einfacher bei der Suche nach dem Spiel. Da heißt es Mützki. Mützki. Da heißt es wahrscheinlich Mäuschen oder sowas. Ja, irgendwie so. Das heißt nicht, dass das dann einfacher zu finden ist. Ja, bei Online-Händlern ist es wahrscheinlich einfacher, Mützki zu finden als Mh. Ich bin mir sicher, wenn du bei einem Standard-Online-Händler Mh eingibst, dann ist es nicht so kompliziert. Das Schwierige ist nur, wenn du es einfach in Google eingibst. Ja, du hängst einfach den Verlag noch daran, was ja Pegasus-Spiel ist, und dann sollte das alles kein Problem sein. Also in dem Online-Handel Arnes Vertrauens ist bei der Eingabe von Mh mit 3M und einem Ausrufezeichen sofort das Spiel an erster Stelle. Such mal bei BoardGameGeek danach. Viel Erfolg. Bei BoardGameGeek kann ich dir sagen, ja, 3M, da muss man natürlich 3M eingeben. Ja. Und dann ist da gerade mal vier Treffer und das zweite davon ist dieses Spiel. Das erste ist Mh Brains. Das haben wir auch gerade gefunden. Bei einem anderen Online-Händler, wenn der 3M eingibt, kommt Mh Brains. Ja, gleich für dich zugeschnitten auf dein Profil. Verdammt. Und das vierte Spiel bei BoardGameGeek, das rauskommt, ist Mh Chocolate. Ja, genau auf mich zugeschnitten. Hervorragend. Ja, also Mh von Pegasus, wie gesagt, hat tatsächlich ein, zwei Spiele gebraucht, damit ich damit warm werde, aber ist eigentlich klasse. Schönes kooperatives Spiel. Ja, das ist tatsächlich irgendwie bei vielen, irgendwie da, damals sag ich schon wieder, wirklich so unter dem Radar gelaufen und als es denn so nominiert war, war so, ach ja, da gab's ein Spiel und irgendwie fand das irgendwie... Also es ist schon aufgefallen, als es, wie gesagt, in Österreich gewonnen hatte, weil alle so sagten, hä, ein Kinderspiel kriegt den großen Hauptpreis, aber die Österreicher sagen, es ist uns egal, es war das beste Spiel. Und die Jury hat's halt nominiert, weil sie das auch sehr gut findet, was ich nachvollziehen kann. Und, ja, so ist das halt am Ende jetzt hier gekommen. Mützki Wuppalach, Opache heißt Maus in Trouble. Schmeiß mir Google Translate jetzt gerade raus. Okay. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine kurze Korrektur. Ich habe ja eben so freimütig erzählt, es gibt schon die erste Erweiterung für Robby Topby, ist unterwegs. Das ist gar keine Erweiterung. Es ist ein eigenständiges Spiel, was da jetzt unterwegs ist. Ein weiteres Spiel in dem Universum. Genau. Ja, cool. René will ja trotzdem noch mit den Geldscheinen. Ja, das macht dabei nichts. Das macht er doch gerne. Ja, ich denke, dann sind wir wieder mal unserer Pflicht nachgekommen, über Kinderspiele zu sprechen. Na, Pflicht ist das nicht, oder? Also mittlerweile sind wir ja in Spielbereichen, also da unsere Töchter jetzt, also die größeren Töchter jetzt älter werden, fängt es bei mir, ich rede jetzt von mir persönlich, dass die Spiele mir persönlich auch mehr Spaß machen. Und dann ist das für mich auch keine Pflicht. Nein, es ging nicht um Pflicht, aber die Verpflichtung, jetzt mal wieder eine Kindersendung zu machen. Ach so. Das war, wie gesagt, fast über ein Jahr oder fast ein Jahr haben wir gebraucht und das müssen wir ändern. Ich habe ja immer, oder wir versuchen ja immer so zwischendurch noch mal auch kinderfähige Spiele mit einzubringen, aber so die reinen Kinderspiele haben wir noch etwas vernachlässigt. Das haben wir jetzt zumindest ein bisschen wieder aufgeholt. Und wir haben ja noch ein paar Themen zu Kinderspielen in petto. Da könnt ihr euch also auch überraschen lassen. Und freuen. Genau. Ja, dann denke ich, sind wir für dieses Mal rund. Ist ja doch wieder länger geworden. Ja, ich werde mich jetzt auf meine Sabrina schwingen, also dem Steckenpferd. In den Sonnenuntergang. Reden nicht weiter. Reden nicht weiter. Ich hätte Amadeus sagen sollen, ne? Das macht es nicht besser. Ja, finde ich auch. Egal, worauf du dich schwingst. I'm a lonesome cowboy. Macht es gut. Ja, wie immer, Fragen oder Kommentare gerne unter dem Beitrag oder auf Facebook oder auf Twitter oder per E-Mail an lonesomecowboy.bretterwisser.de Nein, oder besser ist Info at bretterwisser.de Genau. Könnt auch gerne bei iTunes einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns immer. Hilft uns auch gefunden zu werden und ein bisschen und neue Hörerschaften zu erschließen. Und wer uns finanziell ein bisschen unterstützen möchte, der kann das auch gerne machen. Und zwar auf Patreon haben wir eine Kampagne laufen, wo jeder ein bisschen Geld für uns in den Hut werfen darf. Ja, das war der Werbeblog. Der Werbeblog. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dann. Ja, tschüss. 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 Tschüss.